Ja, wir sind zurück aus der Pause hier im Joko und wir werden jetzt vier Stücke spielen. Eins davon ist Sven Kershek gewidmet, ein Blues, der heißt Sven Scheck, oft schon gehört. Ja und überhaupt, wir spielen dieser Besetzung heute quasi seit 19 Jahren zusammen. Haben wir eben drüber geredet und sind ganz feierlich geworden. Das ist ein Grund zum Feiern, wenn man sich so lange kennt und so lange frei improvisiert, Stücke spielt, Stücke, die man frei improvisiert, Freie Improvisationen, wo man Stücke spielt. Also das ist der Effekt, wenn man sich so lange kennt und Material kennt. Es ist alles eins, ob man frei spielt oder Stücke spielt. Im ersten Set haben wir frei improvisiert, jetzt spielen wir vier Stücke. Ich glaube, für euch hört sich das auch an wie frei improvisiert und das ist auch gut so. Aber so soll es sein. Eine große Freude, wirklich so lange sich zu kennen, zusammen zu bleiben. Und ihr hört Dirk Donau am Schlagzeug. Weit gegrüßt. Ja, wie gesagt, Sven Kershek am Bass und an der Gitarre. Und los geht's. Ja, wie gesagt, Sven Kershek am Bass und an der Gitarre. Ja, wie gesagt, Sven Kershek am Bass und an der Gitarre. Ja, wie gesagt, Sven Kershek am Bass und an der Gitarre. Ja, wie gesagt, Sven Kershek am Bass und an der Gitarre. Ja, wie gesagt, Sven Kershek am Bass und an der Gitarre. Ja, wie gesagt, Sven Kershek am Bass und an der Azk Eありcesseer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020